Ich bin wütend, okay? Ich bin einfach nur wütend. Ich bin so wütend, ich kann dir alles kurz und klein schlagen. So wütend bin ich! Guten Abend. Es ist gut, dass Sie alle gekommen sind. Vielleicht haben Sie es bereits geahnt, das Wunderbare ist nicht passiert. Nora ist weg. Sie ist weg. Tatsächlich weg. Vor 140 Jahren hat Ibsens Nora ihre Familie verlassen müssen, um zu sich selbst zu finden. Wir möchten heute mit diesem Stück auf eine witzige und unverstaubte Art und Weise auf verschiedene Familienmodelle aufmerksam machen. Nora, Nora, Nora. Mein Name ist Nora. Ich bin Anfang 20 und ich habe mich gerade frisch verliebt. Fick dich, Nora, okay? Fick dich einfach. Fick dich so richtig. Danke für nichts. Fick dich einfach. Helma, du bist da? Ich habe mich gewusst, dass du da bist. Himmel, wie ich aussehe. Das ist er. Das ist mein Helma. Ist er nicht toll? Ja, ich bin Helma. Du bist Helma. Ich bin Helma. Und was bist du? Ich? Es ist ein Stück über verschiedene Rollenbilder, welche von der Gesellschaft gezeichnet sind. Ich wähle das auf. Ja, ein langer Kurs zum Gebäude. Ein Kind. Eine gemeinsame Familie. Ein gemeinsames Zuhause. Oh yeah. Helma. Die Schwangerschaft war ihr gemeinsames Projekt. Sie haben dem Kind dabei zugeguckt, wie es gewachsen ist. Abends lagen sie auf dem Sofa und haben Noras Bauch beobachtet, der von Tag zu Tag größer geworden ist. Vielleicht, hat Nora später gedacht, war diese erste Schwangerschaft die glücklichste Zeit in ihrem ganzen Leben. Wir existieren nur, weil es dieses System gibt. Und das System existiert nur, weil wir existieren. Es ist eine Matrix. Wir erschaffen sie, sie erschaffen uns. Beides bedingt sich zu gleichem Teil. Es ist auch ein Stück darüber, wo die Gesellschaft heute im 21. Jahrhundert in der Gleichstellungsfrage steht. Ich bin Nora. Also guten Tag. Mein Name ist Nora. Ich habe keine Kinder. Ich will auch keine. Ich will auch nicht heiraten. Ich will auch nicht heiraten. Also nicht so, wie ihr das versteht. Ich liebe die Stille in meiner Wohnung, wenn ich nach Hause komme. Ich liebe es, dass ich alles so wiederfinde, wie ich es zurückgelassen habe. Das ist meine Unordnung. Und ich kann auch meine ganz eigene Tarantella tanzen. Und ich kann Sex haben, mit wem ich will. Und so oft ich will. Wir müssen selber erschaffen. Wir müssen aufhören, uns selber erschaffen zu lassen. Ich bin Nora. Und ich verlasse meine Familie. Ich tue es für mich. Ich muss mein Leben leben. Ich habe nur das eine. Und es macht mich unglücklich, eine Mutter zu sein. Ich habe das zuvor nicht gewusst. Ich bin Nora. Und ich habeGs gekommen. Untertitelung des ZDF, 2020